Bringt einer direkt von mir runter, du. Wieso ist schon wieder einer hinter mir? Ja, weil ich so schnell hinterher komme. Ich hab noch solch kurz ein Pänchen. Los geht's. Ja, diesmal nehmen wir aber keinen Schiss mit. Weil... Nö, einfach nur wegen der Entur. Ich will eigentlich nur noch meine inne Kackdrue haben und dann fertig. Ja. Deswegen ändere ich jetzt auch gleich noch mal mein Schmuckstück. Wenn wir nämlich eh kein Grimoire mitnehmen, brauche ich ja das Schmuckstück drinnen zu haben. Nö. Wir müssen herausfinden, was es ist und wir müssen es jetzt tun. Ah, ich seh schon, ich brauch wieder orangenes Zeug, weil ich hab grad mein ganzes so orangenes Zeug aufgebraucht. Ja, ich hab noch hier ne Menge Zeug. Könnte das mal einschmelzen, ich mach's nie. Weil ich eigentlich mein Zeug so hab, wie ich's will. Mhm. 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 Ja, ich will nur die Prozentzahlen jetzt so hoch kriegen. Ich hab's ein bisschen erhöht gekriegt. Ja. Ja, das kostet schon ein bisschen. Ja, ich bin jetzt auf 8. 8, noch was, äh, auf, ähm, Regeneration. Mhm. Manchmal hatte ich auch Glück, ich hab ne Waffe gebastelt gehabt und die hatte gleich ein Maximum. Der Effekt. Ja. Das stimmt. Oder innerhalb der ersten zwei, dreimal neu anrufen. Ja, ich hab mein Zeug so ziemlich hoch, deswegen mach ich da nix mehr. Das ist ja wirklich ein Ausgeschnetzel hier. Ja. Nix. Nix. Wir lassen mal uns hier kurz durch. Bombe und Medi. Nix. Nix ist gut. Klauschmein. Mit nix kann ich leben. So. Wir brauchen eine einzige Truhe. Ich glaub die hab ich. So. Fertig. Gut. Hier ist ne Bombe. Brandbombe ist hier. Und Viecher kommen. Hm. Wieso bist du denn da drüben? Weil ich gerade ausgelaufen bin. Achso. Ja. Achja, alles schon tot. Nice. Haha. Alles brennt. Ja. Phyx freut sich. Wer freut sich? Phyx. Für Six? Oh, nee. Ach, was muss ich? Das ist einfach, wo es irgendeine Alpha-Textur oder so. Oder vielleicht sind es Shader. Keine Ahnung. Hier noch eine Kiste. Trank und Bombe. Wenn ihr wollt. Ich wundere mich. Ja, wo bleibt denn der andere? Ja, läuft so eine Gasratte neben mir her. Hm, haha. Gerne. Gerne. Ach, da. Okay. Keis. Schick, schick. Na, oh, no. Jo. Da bin ich doch glatt erwischt, jo. Ne, ah. Ach, komm. Na, die Gasratte ist da hinten. Haha, schön. Hi. Stabile. Ja, fleece. Schlange. Schick,ction up. Chips. alles anzünden naja nimmt die grimoire mit was hat mich denn jetzt noch erwischt da waren da die sturmratten ich hab die gar nicht gehört hattest du die gehört ich hab die vorher mal gehört gehabt ja aber hier nicht mehr ach man wurden gerade heilen aber hier ist heilzeug und der foliant ich nehm das heilzeug weggeschwissen ja oder ne der sergeant ne ich nehm den hunderter komm her du kackbratze bleib stehen Jo Ich hole den Foyanten Jo geht klar Ich passt auf Komm mit also Was hat er gesagt Na Hook Wehooks gleich Wehooks gleich Weißt du wo der andere Hook jetzt ist Der kommt wieder Komm Ja lustig Die Betonung liegt nicht auf kommt Sondern kam Ja der war komplett verwirrt Der wusste gar nicht was los ist Der hat in den Lauf geguckt Ja Das in jedem Fall Ja bin gewuckt Ja da ist ja noch einer oben Der ist direkt über mir gespawnt glaube Hier ist ne 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 schwarze Ratte Naja ist tot Ich hab die anderen genietet Da ist wieder Anna hinter mir Hier ist ne Haltrang Ja ich hab Die Kenne Ja Ja dann mach doch halt Dein Unsinn Hinter dir sind auch welche Och das Ausweichen hat mich wieder runter geschissen Ja der ist ein Traum John hat einen Folianten Ja mich hättest Mich hättest auch bei einer runtergehauen Ja Ich hab nix Ja wir sollten hier weg Sonst haut er uns wieder irgendwie runter Ja Das hat mich Ach da hat er mich Hm wo ist der die Assassin Ach da hinten Äh Äh Da hat er keiner gesessen Äh Äh Da hat er keiner gesessen Ja natürlich Wirfst du den Trank ein? Dann fokuss der dich Schöne mal auf hier, du faul Schwein Warte mal, ich heil uns mal Was bist denn du hier? Oh ja, der Grimoire ist weg Ja, ist auch egal Du bist tot Ja, kann dich nix dran ändern Ne Ja, ist ein Grimoire Ich glaube ich nehme lieber Heilzeug mit Ich will ja eh bloß meine Kiste ins Ziel retten Ja Hier ist noch, ah ein Heilzeug Das ist natürlich besser Hm, was sind denn die? Von hinten Bad Timing for the Ogre Ja Was? Wieder von hinten ey Aber dass das Feuerschwert keinen Kopfschuss kann, ist schon echter Nachteil Äh Ich meine das hat den Vorteil, dass du nicht zielen musst mit dem Ding, weil es eh egal ist Aber Machen wir mal 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 Tögerung, gell Oder ich Unfähig Hehehe Alles Ja, heute sind die mein Tag, glaub'em Hehehe Nö 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 Ich hab wieder keinen Schuss fertig Nö Ich hatte aber die erwischt Mh Mh Ganna Kann sein, dass du unten bist Nö Kann sein, dass du unten bist Nö 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 Gibt es hier noch irgendwas? In Haltrang ist hier Nö 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 Ich weiß gar nicht, ob das Flammenschwert so effektiv ist gegen die Kommandanten. Da es ja keinen Kopfschuss kann. Ah, schön. Ah, da sind wir wieder. Schön, schön. So, ich habe schon das erste Fass in der Mache. Bring es nur gleich ganz oben hin, wenn es geht. Ja, ist oben. Ich nehme das mittlere. Ja, das ist das letzte schon. Ja, ich habe eine vier Ratten wohl. Können wir schon wieder gehen hier. Einen kommt. Schwergedrankt, da nützt es mir ja nichts so viel. Nee, mir ohne. Da oben ist ein Schwarzer Ratter, glaube ich. Ah, sie hat's erwischt. Mist, ich hänge hier. Ja, und gibt. Ist da. Okay, gehen wir weiter, oder? Ja, auf ihn müssen wir noch warten. Achso, okay. Den Vogel können wir vergessen. Level 100 und verreckt so oft. Den können wir oben wieder hinstellen. Wir werden ja wahrscheinlich auch hier sein, wegen den Kisten. Von daher macht es denn ja nichts aus. Ja. Oh, hier. Oh, Mann. Ich bin gleich hinüber. Ich muss mich mehr, muss mal heilen. Hm, na, hier ist schon Schluss. Bin draußen. Ja, John hat's erwischt. Ich bin oben. Ja. Heidig. Oder mich? Ja. Okay. Stell sie hin. Kommt der nochmal nicht mehr, oder? Ja. Uber. Ach, verdammt, ich hab's nicht schnell genug rausgekriegt. Ja, so richtig klar komm ich mit den Flammenschwerden noch nicht. Ja, das ist noch ein bisschen Sinn. Ja, du bist die ganze Zeit das andere gewohnt. Ja. Die eine Art ist schon cooler, auf die andere Art weiß ich nicht so genau. Nee, hier oben ist keine Truhe. Ja. Na gut, da haben wir das letzte Mal wenigstens keine verpasst. Sieg! Oh, Gott sei Dank. Ja, und ich ohne Schild und soweit. Ohne Schild, ne? Dann ist jetzt Mausgarten dran, die Doppelquest, wa? Ja. Nicht klar. Im Abschließung, keine Ahnung, was das andere war. Hier, wir haben einen Folianten. Rat mal, wer den mitgebracht hat. Der Zwerg. Oh, hoffentlich kriege ich alles. Alles? Ja, das ist... Ich hab ne zwei. Ich hab ne eins. Also ich hätte entweder ne Stuhle alles kriegen wollen. Ja. Hätte ich nämlich, äh, alles gekriegt, hätte ich ne roten Hammer mit Schild. Ah, cool. Ja, jetzt hab ich nur nen blauen Hammer gekriegt. Naja, gut. Ich hätte oben zwei orangene Schmuckstücke gekriegt, aber... Ich hätte ein blaues unten gekriegt. Mit ner zwei kommt man natürlich nie weit. Ne. Müssen wir mal gucken, ob ma... Vor Scouten machen wir auch Albtraum, oder? Na klar. Ja. Na klar. Na wahl! Das sind doch auch die Ratten, ne? Na klar, na klar. Mach die. Okay. Schön. Quest abgeschlossen. Okay. So, einschmelzen. Was müssen wir denn da tun? Äh, eh mal Mission abschließen und eh mal Grimoire einsammeln. Bitte. Da sehst du, ich tue mal mein Schmuckstück ändern. Moment. Können wir hier schon mal... Ich versuch's nochmal mit dem Flammenschwert. Mal gucken, was es gibt. So, und jetzt denke ich auch mal daran, dass ich hier, ähm, diese Anzeige ausmache. Ich hoffe, das geht. Mal gucken. Ausweichen per Springen-Taste. Aha, Springen-Taste. Also. Ja. Ja, das ist doch gut. Das ist doch super. Da brauch ich doch das Doppeltappen gar nicht. Ausweichen bei diagonal vorwärts ist richtig. Bei doppelt drücken aus. Okay. Kopfnicken deaktivieren. Einführung ins Spiel. Aus. Spielermarkierung. Ähm. Achso, ja. Das ist in Ordnung. Gewaltdarstellung ist auch super. Chat aktivieren. Front-Sites. Drücken umschalten. Overcharge. Achso, ja. Okay. Was denn das? Alien-FX an oder aus? Naja. Gut. Haben wir das mal. Da kann ich also die Quest-Markierung kann ich nicht ausmachen. Schade. So, bist du bereit für Moosegarden? Moment. Wohl noch nicht. Nee, nee. Ich bin gerade am schauen. Wie viel brauche ich denn hier für bei dir? Äh. 135 mal f- Äh. 35 mal 5. Äh. 70. 140. 175. Stimmt's? Ja. Was? Genau. Äh. Moosegarden wollt mal. Ja, Albtraum. Können wir machen. Denke ich. Müssen zwar Grimoire sammeln, aber ich denke, kriegt man auf Albtraum hin. Wir sind ja gut. Ähm. Haben wir ja gesehen. Ja. Ohne Pubs kommen wir weiter. Nee, wir waren ja wieder mit Pubs. Diesmal sind ja welche da. Ja, aber der Hunderter, der stirbt so oft. Der Hunderter? Es ist ja auch bloß ein Hunderter. Es wäre kein Sechshunderter. Ja, der ist auch so oft gestorben und dann gelieft. Nee, der Sechshunderter nicht. Doch. Der ist nicht bis zum Ende gekommen, oder? Doch, der Sechshunderter war mit uns noch in der Lobby. Dann hast du da dein, dein, ähm, deine Doppelachs gemacht und dann hat er gelieft. Ja, da hat dich dann immer drauf geachtet. Ach, Moosegarden ist diese ewig und drei Tage lange Karte. Ja. Naja, gut, so lange ist er nur ohne, oder? Naja, ist schon lang. Ich mach wieder hier mit dem Ächstchen. Ich mach die Kürze mit dem schnellen Schnitzel. Ah. Wär natürlich cooler, wenn es hier die Bewegungsgeschwindigkeiten alles erhöhen würde, wenn man einen Normalangriff macht. Aber naja. Was hast du, einen schweren Angriff, oder was? Na, aufgeladenen. Aber das ist, wenn ich dann die Sturmratten niedermache. So, ich hab schon mal Zeug gefunden. Ammo brauch ich gerade nicht. Nee. Noch kein Gegner da gewesen. Hast noch nie so viel geschossen, ne? Nee, aber das Heilzeug ist ja schon mal nicht schlecht. Oh, hier. Bringt einer direkt von mir runter, du. Wieso ist schon wieder einer hinter mir? Ja, weil ich so schnell hinterher komme. Ich hab noch solch kurz ein Pänchen. Ja, mich ärgert es, dass ich die nie höre, scheinbar. Das ist ja das, was mich ärgert. Füße, Füße waschen. Ich hör die ja von vorne ja alle. Ja, von hinten ist es ja immer. Hier ist es jede Menge Heilzeug. Könnt ihr euch mal vollsaugen. In dem Verbandszeug und Stärke dran. Ja. Ja, wir haben Bots. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ein paar. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt haben wir was anderes als Bots. Hm, was Schlimmeres teilweise. Was Schlimmeres. Teilweise, ja. Na, das sind schon wieder Sturmratten. Oder? Nein, das ist weniger. Nee, ich meine nicht, dieser Trupp, oder? Keine Ahnung. Ja, Strengladung. Von vorne, ja. Ja, ab und weg. Ah, okay. Das sieht ja bis jetzt auch schon mal ganz gut aus. Boah. Okay. Ja. Es sah gut aus. Hä. Wo ist er denn da hinten? Ja, natürlich. Der Ertrank zu Ende. Ja. Es ist ein. Ja. Aber ich. Hat mich damit. Ja. Ah, ja, die kleinen. Von hinten. Oga ist down. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich hätte schlimmer laufen können, aber auch besser. Hey, Pyro, bleib mal stehen. Das ist so irritierend, dass man mit dem Schwert keine Köpfe abtrennen kann. Na, hier ist nix. Was müssen wir machen? Mission abschließen und spieg Grimoire. Okay. Also sterben ist keine Option. Doch, für die, die keine Grimoire haben. Ja, okay. Hier sehen wir denn aus. In 50er und 35er. Ui, ei, ei. Hier ist ne Hookratte irgendwo. Bist du alleine? Wieso denn das? Weil die Hookratte mich hatte, weil ich sie von woanders gehört hab. Das ist doch schön. Hier, ich rette dich. Ja, bin ja nicht so. Hier ist mein ehrchen Geschwindigkeitstrank. Ja. Hier oben irgendwas. Ja, hier ist ein Heiddrank. Wenn es braucht. Unsere Geschichte ist noch nicht fertig. Schön, ich hab dupliziert. Ich konnte mich voll heilen. Sehr gut. Beute-Würfel ist auch. Habe ich gleich mal. Mein Glück hat endlich mal funktioniert. Nix mit 100% Glück auf nischt. Ja. Äh, ja, voll lojanten. Genau. Ach, kann das ruhig mitnehmen. Ja. Was macht der? Das frag ich mich auch gerade. Da ist ein Assassin. Ja. Schon hinüber. Gegen, gegen, gegen Assassin hab ich Probleme. Die bewegt dich zu schnell. Ja, ich auch. Ich hab ja noch den Nachteil mit dem Projektil, mit der Projektilgeschwindigkeit. Ja. Warte, ich hab, nein. Mein Glück. Ja, ich hab eine Munition zurückgekriegt. Oh, ich hab eine Munition zurückgekriegt. Ah, du Gierschlund. Du Gierschlund. Ich sag, ich sag der Richtige. Ah, hier ist eine Bombe und ein Medi. Wo denn? Hab ich schon mitgenommen. Ja. Ich hab die, äh, feierlich fast geteilt. Oh. War hier nicht irgendwo was? Ja, ja. Hier hinten ist einer. Also im Grimoire. So. Hab ich. Jungs. Untertitelung. BR 2018